Willkommen bei Dr. Chess Französisch? Auflöst oder nicht auflöst? Ich habe doch kein Französisch zu sagen. Das ist nicht merkwürdig. D5G6, das geht? Komische Sachen kann man machen. Das finde ich nicht gut. Da kann ich schon mit dem Schach kommen. Na gut, da ist noch alles blockiert. Aber keine Figur ist entwickelt. Das ist ein bisschen merkwürdig entwickelt. Ja, da kann er noch vorstoßen. Dann wäre er im Zentrum. Da ist der Springer nicht ganz so im Zentrum. Dann würde er noch das Feld kontrollieren. Aber das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ja, das sieht jetzt ganz merkwürdig aus. Also, das war ja wohl gar nichts. Weil der tut gar nichts fürs Zentrum. Malerweise ist der Springer da raus. Jetzt versucht er hier über die Diagonale zu flanken. Ich muss natürlich versuchen hier zu öffnen. Weil die Diagonale ist langsam gefährlich. Ich die mal öffne. Jetzt guck's aber komisch. Die geht vorbei. Okay. 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 Da wird das aber gedeckt. Der hat da noch gar nichts gemacht. Der könnte jetzt den vorgehen. Zack, zack. Das müsste ich hier angreifen. Und wenn er dann auch den Springer schlägt, dann müsste ich mal... Ah, jetzt öffnet aber alles hier am Königsflügel. Das sieht aber gar nicht gut aus. Jetzt kommt hier schon... Könnte Schach kommen. Da, da, da. Schach. Da, echt? Oh. Was ist denn von dem da? Check. Okay. Wer will denn da vorgehen? Kann er doch gar nicht. Check. Na, muss er ja schon. Muss ja schon vorgehen. Ja, und dann ist die Dame weg. Sorry. Oder schon matt. Hätte er da raus gekonnt. Okay. Was war das denn für einer? Wie stark war der denn? Ah, Klasse C. Okay. Alles klar. Ja. Ah ja. Da habe ich es zurück. Okay. Doch. Ja. Ja.